Jo, was geht ab liebe Freunde und damit hallo und herzlich Willkommen zur VBL Club Championship 2024. Jedes Team darf zu ihrem Ultimate Team zwei Karten aus ihrem Verein picken und die bekommt man alle Werte auf 99 und 5 Sterne Weakfoot, 5 Sterne Skills. Und am Ende ist ein Treffer. Aber er kommt zurück, Leroy Sané. Geiles Tor. Erster Spieltag der VBL geht wieder los. Wir sind wieder hier in der Straßenkicker Base. Ich freue mich wirklich sehr, dass es wieder losgeht. Boah, Robin Haag, was ein Ding. Haben quasi beide Spiele gewonnen und dann hat man schon drei Punkte und wir haben ein schönes Tor. Geile Flanke, Alter. Stimmt, der Schöne Feier wieder ohne Schilling. Oh mein Gott. Das glauben wir gerne, jetzt kommt Fröpong und Robin da. Super gespielt. Super gespielt. Hertha gegen die Sport, denn da gibt es noch mal den nächsten Treffer. Oh mein Gott. Da war doch alles blank. Digga, wie hat er den gelesen? Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3 zu 2. Und Burak macht ihn. 2 zu 2. Und das könnte jetzt die Entscheidung sein. Oh, da ist das. Ist das schick gemacht. Hau rein. Macht's gut. Und check die Social Media ab von der VBL. Die wurden rein gepostet. Und danke Freunde. Ciao, ciao. Tschüss.